Das Thema ist ja ganz oft, du steigst in ein Unternehmen ein und kriegst mal die Produktschulungen. Produkte haben wir, wie sieht Sortiment aus, wie sind die Leistungsdaten von den jeweiligen Maschinen und so weiter. Das heißt, du wirst darauf geschult und getrimmt, logischerweise, weil du musst ja die Details kennen. Jetzt läufst du los und erzählst die Details. Klassisch, du kriegst jetzt einen Maschinenbau, du kriegst eine technische Schulung, was können die Produkte, für was sind sie geeignet und vielleicht noch für welche Anwendung. So, that's it. Da kommt, ich durfte in meinem früheren Leben ja auch Führungskraft im Konzern sein und ich kann mich immer noch an eine Trainerin dort erinnern, wo wir so die ganzen Führungsschulungen gemacht haben. Und eine Grundaussage von ihr war immer, Fachwissen hat man zu haben, meine Damen und Herren. Weil immer so die Frage war, ja, ich bin in der Rolle der Führungskraft, ich soll führen. Ja, heißt das, wenn ich führen kann, ist ja wurscht, ob ich Fachlichkeit habe oder nicht. Und das allergleiche ist beim Thema Vertrieb. Fachlichkeit habe ich zu haben, ich muss die Maschine kennen, ich muss auch die Fragen beantworten können. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich jedes Detail dieses Produkts kenne und loslaufe und die ganzen Details dieses Produkts erzähle, komme ich jetzt weiter, ja oder nein? Und wir haben ja auch schon mal über Problem-Solution-Fick gesprochen, über, wie denke ich über das Geschäftsmodell meines Gegenübers nach? Und da gilt ganz klar die Aussage, niemand interessiert sich für dein Produkt, solange du auf den Details hängen bleibst und dein Gegenüber den Nutzen nicht verstanden hat. Und einzige Aussage, du bringst heute einen Porsche, der doppelt so viel PS hat, wie der neueste Ferrari oder sonst irgendwas. Dann reicht es zu sagen, guck mal, hier, weil dann jeder versteht, oh, das ist doppelt so gut. Aber dann würde die Aussage nicht dazu passen, niemand kennt dein Produkt, weil, ne, das hat eine Gewichtung. Und jetzt denk an Porsche, die kommen nicht über die Daten, du siehst auf keinem Poster oder sonst irgendwas, guck mal, hier siehst du die ganzen Daten, die vermitteln ja auch was ganz anderes.